Was hab ich? Flächter auf jeden Fall 3-7 Also Flächter Gut, dann beende ich das Leben Reparier dich Sind deine Kugeln nervigen Gegner und so für Guter Was willst du nervigen? Ja, ich verbrauch keine Kugeln Oh, Alter What? Ja, natürlich Was für ein Hecker Sitzt ihr noch da oben? Ich hoffe es mal für ihn Ups, das war der eigene What? Hoppala Das ist aber dämlich Einen habe ich mitgenommen Ich habe wieder einen gegnerischen Harrison zerlegt Mist, Mist Warum schießt du dir nicht ab, Alter? Warum spielten die da auch einen Tansan die rein? Da kann doch nichts Äh, ja Der goldene Schneemann zählt Beschlitzer Was für ein Hecker Echt? Ja Ich habe kein leichter Test gemacht Hast du gerade noch einen gefunden? Ja, ich habe noch einen überfahren Äh, nein Ach so, den Schneemann ein Gorn Ach so, das ist von letztem Jahr auf Bayern Ich meine, die goldene Deko zählt für das Achievement von diesem Jahr Ja, aber Verständlich Der Schneemann ist ja schon älter Ja Den habe ich ja auch schon Ja, das geht ihn aus Weil der Zelt für das Achievement von diesem Jahr Ja, das geht ihn aus Du hast ja folgend gemeint Du glaubst nicht, dass der Zelt oder du heißt nicht, dass der Zelt Ach so Erzähl Ach so So, den nächsten überfahren Das ist schon der zweite Roadkill Jetzt sei hier auf der C4 So, jetzt habe ich noch einen erschossen Und jetzt wurde ich erschossen Ja, also drei Stück Das erste Mal gespielt Direkt drei Kills gemacht Von dem her Läuft Davon bin ich ja die ganze Zeit nur gefahren Ich sollte immer alleine fahren Bin ich effektiver Wenn ich dich dabei habe Ich habe jetzt das andere Mal drauf geklatscht Ja Er hat ein Auto schießt und der Explodier Alter Das war ja läufig Ja Ah, ne lebt mit Zipfer Die ist hässlich weg Ja, aber nirgendsbauen Ich war nicht so scheiße Ah, die Zipfer kam nach unten Ah, die Zipfer kam nach unten Ah, ich hab jetzt nur schreckt drauf, was will ich denn jetzt Da kommt ein Harrister schon Ja, ich weiß, dass das dann Harrister ist Dem lege ich mich ja gerade an, aber es klappt nicht leider Ich habe einen extra Panzer-Mien nämlich an die Rampe gelegt, da war es einen Millimeter dran vorbeigefallen Das ist Pech Wieder gestorben, jetzt habe ich eine 05er Ich habe, was habe ich Vielleicht auf jeden Fall 3,7 Also 0,4,2 Was sind das eigentlich für ein Scheiß? Eine Weihnachtsschleifer Und da vorne drauf, wie hässlich ist das denn Ich dachte, du hast den goldenen Schneemann drauf Ja, ich habe jetzt das andere, was ich mir heute freigeschalten habe, mal drauf gemacht So hässlich, das gab letztes Jahr auch schon Na eben Oh, da ist ein Harrister wieder Goldener Ich bin weg Ich bin weg Ich bin wieder tot Ich habe mich wirklich geopfert Da kam ein C4 von hinten Ich wollte ihn überfahren Und dann hat das C4 mich gezündet Das finde ich ja gut, dass du dich mal geopfert hast für mich Ja, ich opfer mich regelmäßig für alle anderen Das ist gut so Ein Opfer braucht man alles Ja, und nur das lustige ist, dass ich dann trotzdem besser bin wie du Weil dadurch, dass ich dich rette Ach, fuck Ich bin jetzt einfach gar nichts, weil du erreichst nichts Also ich bin gestorben Und lieber wäre ich zurückgeblieben Und Ja, jetzt bin ich in der Base Klasse Das kriegt man genauso viel hier Ich bin jetzt ein Karin, ein Freier Sind die Basel da glaube ich komme ich schlecht rein Kannst du mich ein Freier abholen? Ich war schon dabei Ja, ich werde da verfolgt Das hat sie glaube ich gleich erledigt Ja, ich bin tot Fuck off Ja, bin ein Gatekeeper hinter mir Ich habe mich auch gleich erledigt Wo sind wir denn? Ja, bleib mal da Ich bin ganz in deiner Nähe gespawnt Ja, was? Ich bin ganz in deiner Nähe gespawnt Ja, ich bin ganz in deiner Nähe gespawnt Ja, was? Ich bin ein nächstes Drecksgame jetzt wieder so aktuell die letzten Tage Wir haben doch schon wieder irgendeinen Grafikupdate gemacht, das alles verkackt hat, oder? Wegen? Also Explosionen lecken bei mir richtig, da kriege ich rucklager, ne, da rucklager, sobald irgendwas in meiner Nähe explodiert Ach, keine Ahnung, das kenne ich nicht Habe ich nicht Ich muss mit einem der letzten Jahre, ich kenne auch ne 900 irgendwas Aber wenn du noch deine letzte drin hättest, dann würde dir wahrscheinlich auch auffallen, dass du schlechter geworden bist Alter, ich kann den Typ nicht töten Ja, krieg dich mal schaden mit der Schrott zu direkten War ein bisschen schadener genommen Wir verlieren gerade hier a Huh, Glückwunsch Alter, was ist denn das für ne Dreckspacer, kommst du ja gar nicht rum Dumm, sagst du jetzt nur links vorbei laufen, da bist du schon da Hm Das kommt nicht hin Jetzt wollte ich den Dinger Die Hölle hat mein Zeug jetzt hier aufgejagt Deine! Oh, da ist noch ein Sundy Fick dich doch, du Scheißspielen, Alter Ja So Kann jemand mitfahren Markus, steig ein Steig ein, und schieß Du hast sie mal ein Visier drauf Doch ein Visier drauf Hast du nicht Auto schieß, die sind direkt vor uns Ja Wenn du dich nicht triffst Ja, ich triff die drauf Ohne Visier Was tust du? Wegfahren Wegfahren Ich hab kein Reparatur Nix Fahr doch einfach zurückgehen Da lebt Nee, der besteht auch schon Oh, zu hoch Komm mal Oh 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 Böse Ja, sehr böse Da brennt, der brennt, ne der brennt nicht Ich hab's, hab's, hab's Ja Irgendwas beschießt du uns? Ja Ein Flash Und Lightning Und noch was Und eine Lip Nein, das lag nicht Aufsteigen Das ist echt nicht jetzt Oh Mann Doch, zum Reparieren Ja, zum Reparieren Alles klar Erste Führerberät, ne WOLTER Was da alles kommt Da haben wir eh keine Chance gehabt Guck mal, einfach alles Puh, der Herr ist ja Lightning Flash Hey, was soll ich denn da machen? Ich hab' ich alles Und Lip Das ist kacke Genau, zu Ellie Vielleicht will ich jetzt noch mal den Restlichen Fuhuhuhuhu Ach, er wird richtig grottig Oh komm Honki ist online Und da wollte ich mich auf Wanderwechser Uuuuhh Wer Oh mein Gott Feuchte Boah Es kommt ein Verbündeter überfährt mich Warum denn? Na, das kann Ist ja weh hin Ja, die steht ja so Meist Oh 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 Oh